Hallo? Was passiert hier eigentlich? Das ist echt irgendwie komisch heute, ne? Ey, geilen sie sich wieder. Gib ihm doch eine mit, Mann! Kannst du nicht vernünftig stechen mit deinem Stab? Was passiert hier? Oh, das macht mich gerade aggressiv, ne? Wo sind die hin? Da. Ja, du kannst mich mal... Halt den Arsch da nicht weg hier. Komm her, komm her. Hallo. Oh, es ist so ätzend. Guck mal, wie der wegläuft. So. Genau. So, den haben wir auch. Oh, noch einer. Es war noch nicht genug. So. Haben wir jetzt genug getötet? Reicht das? Willst du noch mal eine Ratte mitnehmen? Hallo? Hallo? Ratte, Ratte, Ratte. Hat er die jetzt selber eingepackt oder müssen wir die wieder selber irgendwo... Dann hoffen wir mal, dass es jetzt gereicht hat. Oh, warte. Einmal heilen. Ich kann den Streitkolb nicht aufgeben. Warum nicht? Jetzt geht's. Warte mal, ist der besser? 50 Bashing. Achso. Tödlich. Hm. Kriegen wir es hin? Nein. Der ist zu schwer für uns. Okay. Na gut. Weiter geht's. Ist jetzt ein bisschen kacke, ne? Es regt mich ein bisschen auf, dass der gestorben ist. Der ist aber auch einfach von alleine wieder irgendwo hingerannt und hat einfach irgendwas getötet ohne Grund. So. So. What the fuck? Warum einfach? Oh nein. Ja, natürlich. Natürlich. Kannst du, kannst du laufen. Lauf, 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 lauf. Das sind mir zu viele auf einmal. I don't want. So. Wir machen die Einzelnen kaputt. Äh. Ist hier irgendwo noch einen engeren Gang? Ja, wirklich lieber. Okay, das geht. Wir müssen jetzt sehr auf unser live achten. Und nicht mal auf unser live, auf seinen live. Und da ist der nächste. Ja. 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 Und jetzt läuft er wieder weg. Ach komm. Ich geh in die Ecke. Das ist einfach nur nervig. Guck's dir einfach an. Er läuft die ganze Zeit weg. Und jetzt treffen wir ihn nicht. Okay. Egal. Ich mein, ist das Ding kaputt? Die treffen wir auch nicht. Scheinbar ist das alles viel zu schwer für den. Jetzt kommt der andere gleich wieder von hinten. der sticht auch immer daneben guck mal jetzt läuft er wieder weg als richtig bock drauf können wir können wir den ging nicht hat wieder auch nicht geklappt hat auch wieder nicht klappt wir haben es geschafft frag dich nach sonnenschein hier ist noch ein bracelet gehen die türen auf nein gehen sie nicht der auch nicht das ist ja das ist ja eine traurige geschichte gerade hat uns fast erledigt was war das denn hat gar nicht irgendwie geleckt oder da geht es lang da geht es lang da kommst du ja 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 sind noch welche aber dann gehen wir erst mal woanders gucken was gedruckt Ja. Alter! Oh, komm schon. Das ist doch nicht wahr. Komm schon, triff doch mal das Skelett. Danke. Das kann man ja. So. Schon wieder irgend so eine komische Scroll. Ich habe keine Ahnung, was diese Scrolls machen. Scroll of Warcraft. Kann man irgendwas damit machen? Non-human-owned. Ja, wir sind doch non-human, aber. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Erklärung sei Dank. So. Ich esse nochmal eine Ratte. Okay. Das war's. Ja. 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 Okay, das sind nur zu viele, eindeutig. Oh mein Gott, das ist ein Dagger. Okay, gucken wir mal. Also brauchen wir einen Schlüssel. Okay, also brauchen wir einen Schlüssel. Oh mein Gott. Wir treffen uns nicht. Ich war ab hier. Zu viel auf einmal. Ja, super. Okay. Das haben wir eingekriegt. Wo ist denn der dritte? Da war doch noch einer, oder? Schon wieder so eine Scroll, die kein Mensch braucht. Ey, wirklich? Was ist das? Und du noch? So, Switch. Ja, nix, okay. So, Wilhelm, da hast du dir ein bisschen auf den Kopf gekloppt. Oh mein Gott, wir haben es immer geschafft. Aha, wir sind wieder eingesperrt. Ganz toll. Das ist ja herz allerliebst. Wo ist der jetzt hingefallen? Ich helf. Okay, okay. Okay, okay. So. Super. Hier ging es noch nach oben. Oh, Scheiße. Alter! Alter! Ich bin gleich tot, ne? Könnt ihr mal aufhören, jetzt? Okay. Der trifft aber gut, ne? Meine Güte. Und da sind noch mehr. Wow. Super. So. Hm. Noch zwei jetzt. Haben schon. Eins. Dann. Geht doch rein. Guck mal. Okay. Kann ich hier irgendwas tun? Da. Baum-Key. A key. A key. A key in the form of a finger bone. Okay. Hier geht es noch weiter runter. Hm? Hm. War das ein Rundgang? Ich glaube schon, ne? Eins. Zwei. Drei. Okay. Alter. Vier. Oh, noch einer. Hm. Doch nicht. Mehr? Okay. Mehr raus. Ich hab gedacht fünf und da kann man sich drauf verlassen, aber scheinbar nicht. Äh. Das irgendwo? Kommt die hoch? Ja. Okay. Ah. 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 Eine Bibliothek, oder? das sah besonders aus ich habe es hier noch was das mal das hier unten ist klar jetzt soll ich wieder die kohle so in dem erst mal den anderen schritt mit ich habe es bestimmt noch mehr das thing okay was ist was war das skull upon its neck my newest child mercurio have proved a tainted blessing though he is ambitious and untrustworthy he has added much to the protection of this house he drinks the power of death with an unquenchable thirst and could become the greatest student of the grave but he hath little respect for our ancient alliances with the other cainites and could reawaken old feuds the ungrateful puppy even seeks to seal his crypt from me does he not know that i can crack his sealed crypt at any time with my anointed skull of the lamia alas but i do require mercurio's aid until such time as i can fathom the secrets of the golem and gain its protection i would that i had the lore of rabbi mordecai ben judah to aid my experiments but as i lack the wisdom of the cabalists i would deal with the devil himself in these parlous times if mercurio is charged with the protection of this haven i wonder that we have not yet faced him i would have words with this mercurio venerable garenal should not have to rely upon an untrustworthy child i would say we are done well, i would say we are finished